Das Spiel war kein leichtes Spiel. Es ist hin und her gegangen und am Ende konnten wir jubeln. Gott sei Dank. Es war sicherlich ein schöner Moment für mich, aber natürlich auch für uns. Es war ausverkauft, eine richtig geile Stimmung und auch ein richtig geiles Spiel. Ja, ich versuche, wie immer ich selbst zu sein und mich von dem Ganzen nicht ablenken zu lassen und einfach am Platz meine Leistung zu bringen und die, glaube ich, habe ich auch in den letzten Wochen gezeigt und so will ich auch weitermachen. Weitere Fragen? Die Quali ist, glaube ich, noch sehr lang, aber natürlich wollen wir am Samstag gewinnen und darauf werden wir uns auch dementsprechend vorbereiten, jetzt in den Trainings-Einheiten und wollen natürlich am Samstag auch erfolgreich sein. David, eine Anschlussfrage an das Zurückblick zum Serbien-Spiel. Wo siehst du da noch Verbesserungsmöglichkeiten gegenüber dem Spiel und was wird für dich der Schlüssel zum Erfolg am Samstag sein? Ich denke, wenn man drei Tore bekommt, ist das sicherlich nicht das Beste oder nicht positiv. Da wollen wir natürlich defensiv besser stehen, besser spielen. Aber ich denke, dass wir auch gezeigt haben in den letzten zwei Spielen, dass wir auch Tore schießen können und da wollen wir natürlich auch weitermachen und die Spiele für uns entscheiden. Und das ist jetzt müssen wir schauen können, denn da sind dann nochmal wir im Zusammenhang